Und der Flo schreibt, zur Symptomatik, die ihn verrückt macht. Ich leide seit vier Jahren an einer generalisierten Angststörung, bin organisch komplett durchgecheckt worden und natürlich alles ohne Befund. Durch deine Videos lernte ich meine Problematik etwas besser zu verstehen. Aber eine Sache macht mir doch Sorgen. Seit einigen Monaten kann ich nichts mehr fettiges, scharfes oder starke Würzes essen, ohne dass ich am nächsten Tag unter einem extrem starken Unruhe, Schwindel und Benommenheit leide. Ich habe in dieser Zeit auch Magen-Darm-Probleme. Ich gehe hier von einem Reizdarm aus, kann mir aber nicht erklären, wieso ich wirklich jedes und jedes Mal am Folgetag unter solchen Symptomen leide. Nahrungsmittelunverträglichkeit wurde bis auf meine Laktoseintoleranz auch ausgeschlossen. Mir ist durchaus bewusst, dass das Denken, die Nahrungsmittel nicht zu vertragen, schon zu Stress führt. Und Punkt. Ich würde hier natürlich so ein bisschen Wissen mit einstreuen können und auch Erfahrungswerte am eigenen Leibe mit einstreuen können. Sie sagen, er ist auch schon mal gerne scharf und man sagt ja gerne, das brennt halt dreimal beim Essen, auf dem Klo und dem Kanalarbeiter in den Augen. Und das macht einfach was mit unserem Körper. Und Schärfe, ich bin ja jetzt kein Experte für die Bestandteile und Capsaicin und was genau macht das mit unseren Schleimhäuten. Aber es löst verschiedene Prozesse in uns aus, die definitiv auch etwas mit unserem Kopf und mit unserem Körper machen können. Und letztlich ist die Darmschleimhaut auch für das entsprechend Scharfe im Essen ein Stück weit sensibel und wird auch mit verschiedenen Verdauungsstörungen darauf reagieren können, die mit einer Laktoseintoleranz dann vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Ich habe auch aus eigener Erfahrung weiß, dass wenn ich dann was mit Milchprodukten esse, zum Beispiel so ein Anflug von Erkältung gerne mal ausbricht. Dass ich einen Zusammenhang sehe zwischen Milchkonsum, der bei meiner Laktoseintoleranz zu Problemen führt und der Fähigkeit meines Immunsystems eben auch mal mit bestimmten Situationen umgehen zu können. Und letztlich wissen wir auch aus der Studienlage, das könnt ihr in dem Buch von der Nathalie Grams nachlesen, Scham mit Darm, ganz schönes Buch. Also hat sie, ich glaube es war in ihrem Buch, darüber geschrieben, dass man beim Reiz-Darm-Syndrom verschiedene Testmöglichkeiten einmal sich näher angeschaut hat, wo man Probanden eine Sonde eingeführt hat, weiter vorgeschoben hat, quasi wie eine Darmspiegelung und hat an verschiedenen Segmenten so aus wie einen Ballon aufgepustet im Darm. Und hat eben einen Punkt gefunden, wo man an der immer gleichen Stelle durch eine Provokation diesem Punktes eine Übelkeit, ein Unwohlsein, eine Reiz-Darm-Symptomatik beim Betroffenen entsprechend auch provozieren konnte. Und diese Erkenntnis deutet man in die Richtung, dass ein Reiz-Darm-Syndrom in naher Zukunft eben nicht mehr nur eine reine Ausschlussdiagnose sein wird, wo man sagt, du hast was, wir sehen aber nichts, also du hast Reizdarm. Und wenn du es ein bisschen weiter oben hast, dann hast du Reizmagen. Und wenn du es am ganzen Körper hast, dann hast du Fibromyalgie so nach dem Mutter. Also wir haben ja viele Diagnosen, die letztlich keine Krankheit darstellen, sondern nur eine Symptomatik bei nicht anders differenzierbaren Krankheiten. Hörsturz, gibt es zum Beispiel einen Hörsturz, gibt es nicht. Du kannst nicht zum Arzt gehen, der guckt dir in den Ohren und sagt, du hast einen Hörsturz. Der Arzt kann sehen, okay, wir sehen hier einen gewissen Hörverlust, wir sehen keine äußeren Verletzungen, wir sehen nichts am Trommelfell, wir sehen keine neurologischen Schäden, wir sehen eigentlich nichts, CRP nicht erhöht, Blutbild. Dann ist das ein Hörsturz. Das ist quasi einfach nur eine Aussage, um jemandem was mitzugeben, für das wir aber quasi noch kein Untersuchungsinstrument haben, um es anderweitig zu erkennen oder zu beschreiben. Und deshalb wird man wahrscheinlich irgendwann auch sagen können, Reizdarmsyndrom könnte so etwas wie eine genetische Prädisposition sein, dass bei verschiedenen Menschen, wie bei dir, wie bei mir vielleicht auch ein Stück weit, einfach die Reizung eines bestimmten Darmsegments zu der von dir wahrgenommenen Störung oder Symptomatik führt, die halt auch gerne mit Unruhesymptomen assoziiert sind. Das bedeutet, wenn du diese Symptome merkst und schon mal so ein bisschen was mit Angst, Panik zu tun hattest, dann wäre es vollkommen normal, dass dein Kopf als allererstes jetzt hingeht und sagt, oh, wir haben wieder Party am Start und schüttet ganz schnell wieder noch mehr Catecholamine, also Stresshormone entsprechend auch aus und du hängst wieder in deinen Ängsten mit drin. Und deshalb muss man hier an dieser Schnittstelle auch einfach sagen, ähnlich wie bei Koffein, ähnlich wie auch bei Nikotin, wenn du deinen Weakspot kennst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du trainierst dich darauf, deinen Weakspot zu schonen und verzichtest auf scharfes Essen oder du versuchst, die Bewertungen zu verändern und sitzt dann halt am nächsten Tag vielleicht insgesamt fünfmal häufiger auf dem Pott, aber dafür hast du den Genuss gehabt, am Vortag scharf zu essen. Zwei Videos, die da entsprechend sehr sinnvoll sind, wäre einerseits, wie ihr euch durch Affirmationen entsprechend antrainieren könnt, gewisse Dinge in eurem Leben einfach zu verändern. Da könnt ihr euch einmal dieses Video hierzu anschauen. So nutzt du Affirmationen richtig, am Beispiel vom Rauchen aufhören. Das heißt, lieber Flo, wenn du aufhören möchtest, übermäßig scharf zu essen in den vielen Situationen, kannst du dir vorher antrainieren, dann nicht mehr quasi durch die Wiederholung auf mentaler Ebene, so sehr den Reiz zu verspüren, in den Gewohnheitsmuskeln scharf zu essen unterwegs zu sehen. Wir alle brauchen unsere Sriracha, aber wir müssen jetzt auch einfach mal vier Wochen testen, ob es ohne eine definitive Veränderung gibt. Und auf der anderen Seite, wenn wir sagen, du kannst aber keinen einzigen Tag auf deine Sriracha-Smokey verzichten, wer Interesse hat, da mal eine lustige Amazon-Story hören will, der schreibt es nachher mal in die Kommentare, der kann, wer den anderen Weg quasi gehen will, der kann eben auch stärker damit arbeiten, Müdigkeit und Tagestiefs, wie gehe ich damit um? Das solltet ihr euch dazu mal anschauen, dass ihr sagt, okay, dann esse ich halt scharf und nehme dafür in Kauf, dass ich am nächsten Tag eben auch ein bisschen hier oben mitarbeiten muss, um meine Symptome anders zu bewerten. Das Gleiche kriegt ihr auch bei raus, könnt ihr euch auch anschauen. Wenn ihr euch dieses Tinnitus-Video hier anschaut, geht da einfach in den Kanal rein, guckt entsprechend hier, wie ertrage ich meinen Tinnitus und dann werdet ihr auch merken, da gibt es doch eine Menge, was ihr entsprechend tun könnt. Danke für die Frage. Ich hoffe, das ist eine gute Antwort. Ich lasse mir den Kanal mal offen, weil ihr habt eine ganze Menge geschrieben, versuche entsprechend, wie schon angedeutet, häufiger vor euch mal online zu kommen. Auch einfach aus dem Hintergrund heraus, weil ihr untereinander anfangt, quasi euch durch Kommentare gegenseitig zu supporten. Das heißt, ich muss mich eigentlich hier hinsetzen und Livestream starten und mache irgendwelche Sachen, die ich abarbeite und gucke ab und zu mal in die Kamera und winke. Und ihr werdet trotzdem davon profitieren, weil ihr eure Fragen mit reinbringt. Ich kann die später aufgreifen, aber ihr pusht euch schon gegenseitig. Mega. Wen ich heute so ein bisschen hier vermisst habe, ist der Charonar, dem es offensichtlich mittlerweile schon so gut geht, dass er vielleicht nicht mehr in jeder Situation dann direkt im Livestream drin hängt, weil er sie heute Abend verhindert. Grüße gehen raus. Das ist ja einer der Zuschauer, der wirklich sehr, sehr dahinter ist, auch anderen Zuschauern in den Kommentaren zu helfen. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Vielleicht sehen wir uns ganz bald wieder und wünsche euch bis dahin erstmal einen schönen Abend.